Hallo! Heute heiteres Beruf erraten in Japan. Was macht dieser Mann? Man weiß es nicht. Der steht da und passt auf. Er ist wahrscheinlich ein Aufpasser. Aber worauf er aufpasst, das wissen wir nicht. Er macht seinen Job auf jeden Fall gewissenhaft. Der steht da und steht da. Ja, ich will euch auch nicht weiter langweilen. Weiter wird er noch mal unsere Weile stehen.